Herzlich Willkommen im nächsten Park. Wir haben das Auto schon in der Garage geparkt oder es hat sich von alleine geparkt. Ok, jetzt geht es wieder los. Ok, das nächste Auto ist ein verdammt gutes Auto. Ist ein Kavioli. Also du solltest es nicht demolieren, weil ich mag Kavioli. Nimmst du schon Luft? Kann man da eigentlich auch tun? Leider nicht. Wollen wir die Plätze tauschen? Nein! Ich brauche ein Dörf! Gib mir diesen ab! Gib mir den Dörf! Fahr jetzt, sonst hast du keine Zeit mehr. Ich brauche ein Dörf, das verschmerzt. Komm, ich tausche die Plätze aus, das kann ich nicht gut filmen. Ihr habt jetzt gesehen, dass die Kamera bei uns einen Sprung kann machen wie das Auto, oder dass sie gar einen Sprung macht. Zwei! Ja! Okay! Erfahrt! Oh, schicke Micky! Ich hab's ja gesehen! Lombarde! Ach ja, nochmal zu der Plotter von ihm von vorhin. Eigentlich ist sie anders. Eigentlich ist sie auch ein Deutscher. Aber wir haben jetzt die Stimme durch irgendeinen Unterfilm, ich weiss nicht aus welchen ersetzt. Stimme hier! Oh, das war gerade mein Finger! Ach ja, das ist wirklich das Auto! So, jetzt jump auf dieses Gabel, oder eigentlich wollte ich jetzt was anderes sagen, aber es wäre jetzt auch wieder nicht jugendfrei. Die Giselle wieder rausgeflogen ist! Fast unmenschlich bist du! Kannst du sie nicht fragen? Fragen bin ich Nito? Nein! Warum habe ich das getan? Nito! Das war nicht wirklich Nito! Ich weiß! Reine mit mir! Du hast jetzt wenkast zwei Minuten Zeit! Okay, jetzt haben wir da gerade ein fängiges Störsignal. Wir kommen gleich! Und dann! Noch eine Minute! Du darfst sie schon kommen! Jetzt kommt sie! Jetzt kommt sie! Dann kommt sie! Es kommt sie! Wie passt denn? Du! Alles, Klappe! Nein? Jetzt wurdest alles kaputt! Das zahle ich nicht. Boah, das ist ein geiler Wagen. Ja, das kann man so sagen. Muss ich nur noch einen holen und dann auf den Grau jumpen. Also wir haben auch schon überlegt, dass wir ein Let's Play Mafia 2 machen. Stimmt, oder? Ja. Oder ein Mafia 007 Blockstone. Oder was wir auch finden, ist ein Anagel, das 011 oder ein Minecraft. Also da können wir dann auch ein... Ihr könnt uns schreiben und sagen, was ihr wollt. Ja, wir machen so eine Art Umfrage, so wie das Zorgel, P oder... Nein, bei Gronkh, also Minecraft-Gronkh und auch da viele andere Gronkh. Der, den wir dann schon umfragen und dann bin ich auf diese Idee gekommen, dass man das auch könnte machen, ist jetzt nicht böse gemein, Gronkh. Ein großer Fan von dir. Ich, Emanuel auch. Sehr gute Videos, bisschen Freize... Wir lieben deine Videos! Ja, vielleicht ist das, sehr wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sag ich mal Lob an Gronkh. Und immer schön, Gronkh seine Videos abonnieren. Ja. Auf unsere? Ja, hoffentlich auf unsere. Ja, hoffentlich auf unsere. Also... Aber ich glaube mehr, dass sie Gronkh seine Augen sind. Ja, ich glaube eben, dass sie uns ja gar nicht anschauen, aber wahrscheinlich kann mir mal helfen, weil ich... Auf ihr Glück? Ja. Ich habe aber viele Dörfer wieder auf meinen Dörfern, sobald ich so im Walddorf getragen habe, da war noch etwas langweilig. Oder ich filme auch auf meine Katzen und mein Hobby so daugtauchen, dann skate ich meinem Vater, weil ich mein Vater in meinem Vater nicht filmen kann. Aber... Ja. Was kann man jetzt ansehen? Und mein erstes kurzes Let's Play sind gar kein richtiges Let's Play. Das heißt Stick War. Und das ist eigentlich ein Spiel, das ich auf Y08.com gespielt habe. Und dann... Ja. Habe ich da gerade Lust und Laune gehabt. Und wahrscheinlich brauchen wir lange bis immer neue Videos drauf kommen. Gibt es auch manchmal, dass mit vielen Videos eine längere Zeit spannen, bis neue kommen. Aber dafür stelle ich gerade auf einmal mehrere auf YouTube. Jetzt haben wir noch vier Minuten. Und du sollst mal zu Hause ankommen. Komm ich jetzt gerade, bin schon fast am Ziel. Und nur fast. Was hat er gesagt? Ja. Mag nicht demolieren. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Das sitze ich ja. Aber dann bin ich kaputt. Aber... Ja. Du sollst besser meine Autos nicht zu Schrott fahren, Mann. Vielleicht hast du das gut gemacht. Vielleicht lass ich dich wieder mal mit mir arbeiten. Wenn du Glück hast. Was vielleicht. Vielleicht. Du willst Philippe? Meinetwegen. Der Landdust-Wichser steckt seine Nase da rein, wo sie ihm vielleicht abgeschnitten wird. Ja doch, frech wollte ich sagen. Aber ich nicht. Das ist nicht frech. Aber frech darfst du schon werden. Einfach nicht pervers. Ich war ja nicht pervers. Ja. Aber du warst vorhin. Doch das sollten wir vielleicht richtig diskutieren. Wieso ist ein Bild von ihm? Eine schöne Uzi. Es war eine AK. Nein. AK sieht anders aus. Das ladet. Und ladet. Und ladet. Und das ist immer noch im Laden. Ich werde jetzt das so lang. Normalerweise brauchen wir nicht so lang. Da haben wir fast die zwei Minuten schon um. Also da, bevor es jetzt weiter geht, breche ich jetzt diesen ab. Das ist ein bisschen zu frei, aber ich hab es nicht keinen Fall genommen. Da ist es ein bisschen zu frei dabei. Ag talks rein, wie war es immer noch mal sehr. enedig美味 Vielen Dank.